Willkommen zu einer neuen Folge von Sinoclash. Willkommen zuerst erzählen, dass ich mich über die kleinen Slenderstocks mit kleinen Gläubigen, denn ich bin Testador und kann nicht über solche Dinge lernen. Nur Freunde können in die Northern Gate Bar entkommen. Du brauchst das Passwort. Oh Gott. Das soll eine Frau sein, glaube ich, die dann... Also das Kind soll... Ich weiß es nicht. Oh Gott. Bring ihn hier. Und ich werde dir bemerken, was das Passwort war. Willkommen wieder mit meinen alten Freunden. Das ist eine Wasserpfeife. Oh mein Gott. Aus einer Schlag... Ach du Kacke. Und deshalb Pipes. Also Pfeife wegen... Hier auch, wo ist ein... Das ist auch ein... Alter Verwalter. Ja. Das ist... Das ist mein Fuck. Das ist... Sick. Denk an die Leerste vom Metamog. R1. Ducke dich unter den feindlichen Attacken ab. Aber schlage zu, während du dich duckst. Ja. Starke Angriffe durch... äh äh... durchbrechen die feindliche Verteidigung. Drittens. Blockiere... in genau dem Moment, in dem du getroffen wirst. Und... um feindliche Angriffe abzuwehren. Und dann kann man halt... Kontern nehmen, mit dem Schlag. Drittens. 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 Zeig! Zeig! So, so mach ich das einfach jetzt, weil jetzt kommt der Anderstein, dann kann ich vielleicht... Aha! Ich nehm lieber das. Oh fuck, das ist nur ein Schuss. Das ist ein Granatwerfer! Da! Oh man, da gibt's hier keine Pistole. Der tut's auf, wenn ich treffen würde. Ich hab ihn noch getroffen, ich hab's genau gesehen. Mal schauen, wie viel Schaden das im Kampf macht, weißt du? Deshalb. Ich nehm das Ding mal. Ich behalte es mal. So, jetzt kommt der hässliche Toll da, oder was das ist. So, wo ist denn der? Da! Wow! Wow! Du bist tot! Oh! Du bist tot! Du bist tot! Wo willst du denn hin, Mann? 1, 2, 3. Komm, mal gucken, Pflicht. Das hat mir nicht. So, schön, beide treffen. Was? Ja, ja. Ah, jetzt hat er die scheiß Waffe. So, komm mal her. So, beide getroffen. So, jetzt kommt noch ein Schuss und du bist tot. Bam! Dann halt so. Das ist nicht viel anders, Mann. Entweder du liegst oder du liegst. Deine Aussage. Ah! Das ist nur das, was ich will. Du kannst jetzt rein gehen. Der Passwort ist Gold und Rot. Und nicht erzählen, dass ich dir das Passwort gegeben habe. Du kannst nicht stoppen, wenn du wirst, um zu der anderen Gate. Gold und Rot. Was? Das ist wahr. Willkommen! So. Einlass in der Bar. Also, ist das eine Bar? Das ist ein Club, oder? Oder so was? Eine Art, halt so. Ja. Boah, die heftigsten Schläger sind hier in der Stadt, ey. Das sind die heftigsten! Jeder muss vor denen Angst haben. Weil... Ja, bei denen muss man... So. Oh. Sorry. No Roosterblood. Are you crazy? Put that thing somewhere else. Was haben die Leute? Would you like some Roosterblood? We're out of anything else. I'm not looking for that today. Schaut auch aus. Die ist voll komisch. Die Alte. Hä? Was sind das für ein... Gekritzel, ey. Voll eklig. So, was bist du? Du hast eine Kaffeekanne auf dem Kopf. Irgend ein Sklave, oder so. Gar, schaut auch voll hingezeichnet aus. Aber es ist mit Abse... Ach du Scheiße. Ich hab dich подfasen. Was bin der Kaffeekanne auf dem Kopf? Er sagt, hi, he wants to know, where you're headed. I need to find father mother. Ich hab dich mit einem Maher. Ich muss mich mit ihm achten. Er sagt, er kann dir helfen. Wo ich mich her делать? Ich werde dir mein Backpack. Er ist okay, He will die Backpack Nummer. Ich will sie ihm folgen. Oh man Was ist Ähm, ja Was bist du denn? Hallo Ja, warte mal Ich will mich hier noch ein bisschen umschauen Die kann man leider nicht so viel umschauen Komm Gehen wir mal so aus, mal schauen Ich bin noch nicht hier, um Freunde zu finden So ist es nicht Da ist er Okay, da hat er sogar recht Vater, Mutter Brother von meiner Mutter Oh man Irgendwas stimmt ja mit dem nicht Oh fuck Okay Der hält viel aus Ja nochmal Und Was Was bist du, Alter Eh, diese Wie die Vorne das Was ist das, Alter Kommt, mach dein Spendt Dieser Satta ist jetzt auch erledigt Oha, du hast deinen Artgenossen getötet Hehehe, Spaß Zack Was Oh man Ah, wisst du was Ich würde sagen, dass ich hier erstmal die Folge pende Und bis zur nächsten Folge Bis dann Ciao Oh